Na gut, dann machen wir mal wieder mit Rush of Blood. So, wenn es noch alles stimmt. Explosive Entwicklung, genau. Oh nein. Wir haben Hunde geweckt. Weg mit den scheiß Hunden. Oh nein. Ach ja. 590... ...1700 Meter. 10. 10. Was ist das? Na gut, ich störe jetzt jetzt mal noch nicht. Ich mache jetzt mal den normalen Weg, ne? Ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal eine gute Zeit. Okay, ich mache jetzt eine gute Zeit. Ja. Lass mich. Böder? Böder? Böder! Böder! Das war's für heute. Alter, da kann man dir irgendwas auf dem Kopf rum. Du kannst dich wegschießen. Du kannst dich danken. Der wird schießt. Du kannst dich nicht. Du kannst dich wegschießen. Der ist nicht so schlimm. Ich bin nicht so schlimm. Wir müssen uns nicht wegschießen. Mann, ich weiß nicht, dass ich ihn bin. Die Tür ist hier darunter. Ja. Dann schafft man da recht hier. Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. Bis dann, tschüss.